Oh, Papa, mir ist so super langweilig. Können wir nicht mal wieder irgendwie die Superwaffe erobern? Das ist eine gute Idee. Welche Welt hat denn gerade die Superwaffe? Weißt du das, Pflanzenmonster? Wir vermuten, die Lava-Welt hat es. Also zuletzt wusste ich, dass die Wassenwelt das hatte. Dann hat die, wie heißen die nochmal, die Steigen-Creatures haben es dann erobert. Aber dann kam die Lava-Welt und hat sie gleich wieder weggeschnappt. Ja, dann lasst uns doch zur Lava-Welt gehen und uns irgendeinen Plan ausdenken. Es ist sonst doch richtig, richtig langweilig hier. Los, gehen wir. Okay. Hey, hey, hey. Hey, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen uns die Superwaffe mal wieder schnappen. Sonst ist es so langweilig hier. Ja, genau. Und ein bisschen hier rumboxen und so. Superwaffe? Sag mal, seid ihr von gestern? Habt ihr noch nicht gehört, dass es jetzt eine richtig, richtig coole neue Sache gibt? Was? Ne, davon habe ich noch nicht gehört. Ich auch nicht. Was ist es denn los? Rück raus mit der Sprache, Schattenpanther. Also, ich habe vorhin, war ich in der Lava-Welt und habe gesehen, wie die so einen Pilz hatten. Der sah so richtig, richtig krass aus. Ein Pilz? Was? Aber ein Pilz gehört doch in unsere Dschungelwelt. Pilze gehören doch in den Dschungel. Genau, genau. Auf uns Pflanzen gehören Pilze. Ja, und dann haben die darüber geredet und haben da Superpilz gesagt und was der Superpilz alles kann. Der kann machen, dass sie größer werden. Der kann machen, dass sie kleiner werden. Der kann neue kleine Mini-Creatures erschaffen, ohne dass sie dafür viel tun müssen. Ja, und worauf warten wir noch? Dann lasst uns die Superwaffe doch vergessen. Und lieber den Superpilz, oder wie hieß er? Ja, der Superpilz. Lass ihn uns Superpilz nennen. Ja, dann nix wie auf. In welche Richtung ist eigentlich die Lava-Welt? In die da hinten. Wir müssen nach Süden. Dann los. Dann lasst uns gehen. Hauf auf! Und dann überlegen wir uns einen Plan. Und boxen mal wieder ein bisschen. Ja! Jibbi und mir ist nicht mehr langweilig. Wartet, ich geh vor. Ich kenn den Weg. Mittlerweile hat die Dschungelwelt die Lava-Welt erreicht. Und sie beobachten heimlich, was die Lava-Creatures alles so über den Superpilz rühren. Aber seht selbst. Jetzt kannst du mich bitte größer machen. Aua, pass doch mal auf! Äh? Du bist ja viel größer geworden. Boah, das hat ja richtig gut geklappt. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee, was denn? Wir könnten spielen, dass ich ganz lange aufbleiben darf, weil ich ja jetzt groß bin. Aber du, du bist doch so klein, du darfst nicht lange aufbleiben. Au, hey! Hallo, der Superpilz, der darf uns nicht entzweien. Obwohl, das war ja meine Idee. So, also, die anderen Welten haben, glaube ich, noch nicht erfahren, dass es den Superpilz gibt. Wir wissen also auch noch nicht, was wir wissen, was der alles kann. Und wir wissen noch nichts, weil wir noch nicht rausgefunden haben, was der alles kann, außer uns zum Beispiel großzaubern. Ich glaube, der kann... Also, wie finden wir denn jetzt raus, was die so alles können? Hast du eine Idee, Lavatiger? Pils! Ich? Ich? Äh, äh, nee, eigentlich weiß ich das nicht. Und du, was ist mit dir denn, Lämon? Was ist mit dir, Lavadämon? Was ist deine Idee? Pils, mach mich größer! Ich will größer werden! Funktioniert wohl nicht bei dir, ha, ha! Ah, du Armer! Pils, mach den Lava... Löwen? Pils, mach den Lavalöwen kleiner! Hey, jetzt bin ich ja wieder so klein! Jetzt kann ich ja doch nicht lange aufbleiben! Oh Mann, oh ey! Also, aber trotzdem... Feuerlöwe, mach dich größer! Au, oh Mann, das tut auch ganz schön weh! Immer groß, klein, groß, klein, groß, klein! Das will ich gar nicht! Aua, Manno, kann ich nicht einfach großbleiben, du? Du Lavadämon! Nein! Ah, hey! Ich wurde verletzt und jetzt bin ich wieder klein! Jetzt habe ich sogar ein Blatt da drauf! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Hey! Seht ihr da hinten? Da, da kommen die Dschungel-Creatures! Ich glaube, die wollen uns den Superpilz klauen! Los, alle in Angriffsposition! Ich muss diesen! Verteidigen! Oh, ey! Verteidigen! Nicht unfallen! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Komm, Lavadämon! Komm, Lavadämon! Ja, ja, ja! Ich komme, ja! Komm, Lavadämon! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Verteidigung! Los! Los! Verteidigt unseren Superpilz! Oh! Nicht, dass die von unserem Plan was mitbekommen. Psst! Ey! Los! Geht ihr weg! Das ist unser Superpilz! Wir haben den entdeckt! Wieso kommen dann nicht die anderen hinterher? Wieso kommt ihr denn nicht? Los! Helft uns! Ja, los! Und während die anderen kämpfen, schnappt sich das Jungemonster den Pilz und tütet ihn ein. Ja, na, na! Jungs, kommt! Ich hab den Pilz! Rück zu! Mensch, das war ja einfach, die zu erobern! Ja, Papi und uns hat super viel Spaß gemacht! Lasst ihn uns auspacken! Lasst ihn uns auspacken! Los! 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 Lass uns nicht so rackeln! Zappeln! Pflanzenmonster! Hol ihn raus! Hol ihn raus! Den Pilz! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn der Pilz? Oh nein! Was ist los? Was ist los? Er ist so klein! Oh nein! Was ist los mit ihm? Er ist ja verschrumpelt! Oh! So ein Mist! Oh! So ein Mist! Das funktioniert nicht! Ich würde sagen, das funktioniert nicht! Er ist einfach jetzt verschrumpelt! Oh nein! Die ganze Mühe umsonst! Ja! Na ja! Aber wenigstens hatten wir mal wieder ein bisschen Spaß! Und haben gekämpft! Und haben die Lava-Welt mal richtig gezeigt! Was sagst du? Was sagst du Monster-Gorilla? Hast du jetzt Dreck unter den Nägeln? Ja! Ja! Oh! Das war wirklich cool! Aber beim nächsten Mal müssen wir uns dann halt wieder die Superwaffe erobern oder so! Ja! Ach! Macht ja nix! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere tolle Videos von uns nicht verpasst! Wenn ihr Freunde habt, die auch Spaß an diesem Video haben könnten, dann teilt es gerne mit ihnen oder schaut es euch gemeinsam an! Ansonsten fragt gerne eure Eltern, ob ihr noch ein Video von uns anschauen dürft! Bis dahin, schöne Grüße und vergesst nicht, spielen macht Spaß!